Ich habe als stellvertretender Vorsitzender gewählt und ich freue mich jetzt auf einige Worte von dir, Sherin. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, heute ist für mich eine der vielen ersten Male in diesen Wochen. Wie ihr wisst, gehörte es bis vor kurzem nicht zu meiner Lebensplanung, eine Rede auf einem Parteitag zu halten. Für mich kam aber im letzten Jahr der Moment, nicht mehr vom Spielfeldrand zuzuschauen, sondern selber etwas zu tun. Mir ist dabei eines klar geworden. Wenn sich die Politik der letzten Jahre in Deutschland und in Europa nicht gravierend verändert, steht unsere Demokratie, für die Millionen von Menschen über Generationen hinweg gekämpft haben, auf dem Spiel. Es haben sich einfach zu viele Menschen abgewandt. Zu viele haben sich zurückgezogen. Zu viele haben resigniert. Und wer will es diesen Menschen verübeln? Eine Politik, die die soziale Frage und die der Gerechtigkeit nicht mehr in den Fokus stellt. Wo die hart arbeitenden Menschen immer mehr belastet werden, wo Lebensleistung von Rentnern, Eltern und Alleinerziehenden nicht anerkannt wird, wo Unterstützung für die Schwachen und Schwächsten gekürzt wird und wo Bildung immer mehr zu einer Frage der Herkunft wird. Eine solche Politik zerstört den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in Demokratie und Staat. Eine Politik, die grob fahrlässig, manchmal denkt man auch mutwillig, die Bedingungen für unsere Wirtschaft verschlechtert. Wo Bürokratie und Regeln ungehemmt wachsen und Innovation und Risikobereitschaft ersticken. Wo in Behörden oft Absicherungsmentalität vorherrscht statt Serviceorientierung für Bürger und Unternehmen. Wo Energie für Industrie und Mittelstand sinnlos verteuert wird. Und wo notwendige Investitionen in Bildung und Infrastruktur ausbleiben. Eine solche Politik führt nicht nur dazu, dass unser Wohlstand sinkt, sondern damit dazu, dass soziale Spannungen immer größer werden. Und Politiker und Politiker, die die Bürger immer dann mögen, wenn sie von ihnen gewählt werden. Dieselben Menschen aber verachten, wenn sie sich herausnehmen, Regierungshandeln infrage zu stellen. Wo Menschen mit abweichenden... Wo Menschen mit abweichenden Meinungen als rückständig oder extrem etikettiert werden. Wo Entscheidungen als alternativlos oder Transformation verkauft werden, um letztlich über Ideologien hinwegzutäuschen oder von Lobby-Einflüssen abzulenken. Und wo Menschen, die andere Auffassungen vertreten, öffentlich diskreditiert und herabgesetzt werden. Solche Politiker erreichen, dass sich immer mehr zurückziehen, weil sie an den Rand gedrängt werden. Kurzum, wenn Regierende entkoppelt von der Realität, völlig schwerelos, nicht mehr die Interessen der Bürger im Blick haben. Wenn ein Kanzler Respekt verspricht, aber selbst dieses so großartige Wort zu einer hohlen Phrase verkommen lässt. Dann sind wir als Gesellschaft auf einem gefährlichen Weg und es sind sicher nicht die Menschen daran schuld, die sich abwenden, liebe Freundinnen und Freunde. Das alles hat mich in den letzten Jahren sehr bewegt. Und für mich und viele andere ist es ein großes Glück, dass es mit unserer Partei wieder eine politische Heimat gibt. Eine Partei, die Menschen Hoffnung und Zuversicht gibt, mit einer einzigartigen Kombination an Programmatik. Und die einzige relevante Partei, Daniela Dahn hat es gesagt, die eine konsequente Friedenspolitik verfolgen wird, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, es gibt eine Repräsentationslücke und ja, es ist gut, dass wir sie füllen. Und zugleich bin ich davon überzeugt, dass sich die Menschen neben anderen Inhalten auch nach einer anderen politischen Kultur sehnen. Viele wenden sich ja deswegen von Politik ab, sind geradezu abgetörnt, davon die Politiker sich verhalten. Mit unserem Neuanfang haben wir nun auch die Chance, zu einer neuen politischen Kultur beizutragen. Eine Kultur, bei der Politiker zuerst an diejenigen denken, für die sie Politik machen sollen und nicht an den eigenen Vorteil oder an Lobbyinteressen. Bei der in der Sache hart und kontrovers gestritten wird, es aber im Dialog respektvoll zugeht, gerade auch mit politischen Wettbewerbern. Bei der politischer Streit so geführt wird, dass man sich nicht als Feind begegnet, sondern in der Lage ist, anschließend zusammen Lösungen zu finden und dabei glaubwürdig zu bleiben. Bei der Politiker mit den Ressourcen, über die sie verfügen, sorgsam umgehen und über Verschwendung nicht achselzuckend hinwegblicken. Und bei der Kompetenz und Fähigkeiten wieder zu Kriterien werden, nach denen Menschen politische Verantwortung übertragen wird. Und ich bin sicher, wenn uns das gelingt, eine solche Kultur in der Partei und im politischen Wettbewerb vorzuleben, werden viele Menschen Politik und staatlichen Institutionen wieder Vertrauen schenken. Liebe Freundinnen und Freunde, viele aus meinem Umfeld haben mir in den letzten Wochen für den Schritt in die Politik Respekt gezollt. Dennoch empfinde ich es zuallererst als Vorrecht und auch als Verpflichtung, diesem Land, dem ich so viel zu verdanken habe, durch meine politische Arbeit etwas zurückzugeben. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr darauf, mit euch zusammen ein neues politisches Kapitel in Deutschland aufzuschlagen. Und danke euch allen sehr für euer Vertrauen. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, lieber Sherwin. Ebenfalls wurde am 8. Januar Ralf Suikath zu unserem Schatzmeister gewählt. Ralf, der aus dem schönen Baden-Württemberg kommt, hat jetzt das Wort. Applaus Der Mensch ist stark, wenn er verbunden ist. Das spüren wir heute hier. Und es hat vor...